Wir glauben, dass wir alle Teil eines großen Kreislaufes sind und dass es in unserer Verantwortung liegt, diesen zu behüten und zu pflegen, um durch Nachhaltigkeit Langlebigkeit zu erreichen. Mit jedem Schritt, den wir gehen, hinterlassen wir einen Fußabdruck. Wir müssen sicherstellen, dass diese Schritte keine negativen Effekte auf unsere Umwelt haben. Wir glauben an Beteiligung, Engagement und Verantwortung. Die Berücksichtigung von Lärm, die Reduzierung von Chemikalieneinsatz und Treibstoffverwendung und die Biotreibstoffforschung sind nur einige der vielen Gründe, die Thomas Cook Group Airlines zu einem der umweltfreundlichsten Reiseunternehmen unserer Branche machen. Die Thomas Cook Group Airlines waren unter den ersten Fluggesellschaften, die Tablets als Arbeitsinstrumente eingeführt haben. Mit einer von uns speziell entwickelten Software können Piloten Greenflight-Prozesse anwenden und die Sicherheit erhöhen. Wir sind bestrebt, biologisch abbaubare Produkte und Bio-Lebensmittel zu verwenden. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zu reduzieren, wiederzuverwenden oder zu recyceln, wo immer es möglich ist, und haben einen Entsorgungstrolley entwickelt, der weltweit vorgestellt wurde. Wussten Sie schon, dass Charterflüge wahrscheinlich die umweltfreundlichste Form des Luftverkehrs sind? Die Thomas Cook Group Airlines stehen an der Spitze der Fluggesellschaften mit den geringsten CO2-Emissionen pro Passagier. Wir wollen die Besten im Bereich der nachhaltigen Luftfahrt sein. Dafür durchläuft unsere gesamte Flotte einen Optimierungsprozess mit renovierten Kabinen und neuen Flugzeugen, um das Gewicht und damit die Emissionen zu senken und gleichzeitig den Komfort für die Gäste zu steigern. Jedes Element Ihrer Reise ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, von den Produkten über die Mitarbeiter bis hin zu allem, was wir Ihnen an Bord bieten. Die Thomas Cook Group Airlines nehmen weltweit an vielen Initiativen teil. Einige Beispiele hierfür sind das CSR-Programm Contribute by Condor und Flight of Dreams von Thomas Cook Airlines. Beide Programme leisten Hilfe bei Naturkatastrophen, unterstützen Kinder rund um den Globus und fördern kulturelle Integration. Wir arbeiten mit vielen Organisationen für einen nachhaltigen Tourismus und wählen unsere Lieferanten lokal nach nachhaltigen Kriterien aus. Ein starkes Engagement, gemeinsam mit Reiseveranstaltern, Hoteliers, lokalen Anbietern und den Regierungen der Destinationen, hilft uns dabei, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und die Umwelt an den Orten, die wir so gerne bereisen, zu schützen. Tief im Regenwald des Nationalparks Kaosok in Thailand finden Sie eine kleine Schule mit dem Namen Banya Plong. Die Thomas Cook Group Airlines haben diese unterstützt und Unterrichtsmaterial bereitgestellt, um die bestmögliche Bildung der einheimischen Kinder zu erreichen. Darüber hinaus haben wir geholfen, Partnerschaften zwischen europäischen Schulen und Banya Plong zu schließen, um das Bewusstsein zu verbreiten, wie unterschiedlich Lebensumstände sein können und wie wichtig ein globales Verständnis ist. Reisen erweitert nicht nur den Horizont, sondern öffnet ebenso unsere Augen für die zerbrechliche Schönheit der Welt, die uns umgibt. Aus diesem Grund sorgen wir uns um unsere geliebten Destinationen so sehr und sind stolz darauf, Pioniere der Nachhaltigkeit zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017